Da geradeaus ist wieder so eine ekelhafte Spinne. Ah, hier links war eine Truhe. Das war's, das habe ich gesehen. Aha! Oh, ein Chainsaw ist drin. Yay! Hast du Military Pants? Ich glaube ja. Soweit ich mich recht entsinne. Ich habe die mal mitgenommen. Und eine Rüstung hast du auch vom Military Kram, ne? Jopp. Joa. Stopp! Aua. Oh, das erinnert mich ein bisschen an, ähm, an den Space Marine, an Warhammer 40k. Das Sterben, wie sie einfach sterben. Wegfisten können wir sie jetzt mit so einem Scheißau müssen, komm! Du bist immer so aggressiv, ey. Ja, gib mir, was denn, gib mir eine Kettensäge in die Hand und ich soll fröhlich sein, ne? Also fröhlich, ja, aber nicht aggressiv sein. Kannst du mal eine fröhliche, fröhliche Baumfäller oder sowas? Du bist ein fröhlicher Baumfäller. Hier ist ein Loch. Oh, ja. Ich glaube, da müssen wir auch rein. Uah! Das sieht fast so aus. Vielleicht sollten wir aber über das Wasser runter. Achtung! Oh, fuck. Oh, hier sind... Alles klar, die Metro. Oh, mit dem Metro habe ich ja schon einige Schwierigkeiten gehabt. Damals in Moskau zum Beispiel. Dubeldi, 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 dubeldi. Ich habe keine Monatskarte. Na, nochmal Glück gehabt, das wäre verschwendet. Ja, siehste. Ich guck hier, das sind die, ähm, das sind die coolen Sitze der Kinder, die immer vorne sitzen wollen. Das sind draußen, ne? Ja, ja, eben. Oh, wir müssen sogar durch die Metro, oh. 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 Was zur Hölle? Ähm. Ah, okay. Ich gehe mal vor, weil ich nichts sehe. Das sind ganz viele Militarys. Die sind einfach nur mit der U-Bahn gefahren. Und dann... Wieso fahren Militarys mit der U-Bahn? Vielleicht wollten die Militarys irgendjemanden retten. Ja, und... Ach, was weiß ich nicht. Trank der Vortigen Heilung. Und hier sind Vitamine. Vitamine sind gut. Nehmen wir... Aber das hier ist auch cool. Oh, nein. Bist du tot? Yeah, ja. No, why? Because they hit too hard. Oh, gosh. They're heavy hitters. Hahaha. Ne, den verstehe ich nicht. Au. Ah, ah. Wenigstens regeneriere ich mich durch. Vitamine. Spider-Mans. Spider-Mans? Spider-Mans, ja. Na, komm her. Oh, nee. Geht weg. Lass uns die genau in der Tür kaputt schlagen. Ist noch wer da? Nur der Fahrkarten-Kontrolleur. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Gott, das sind echt viele. Ja. What? Noch mehr? Nein! Ich schubse ihn zu dir. Au. Hä? Hä? Oh. weg damit aber auch das chainsword braucht ewig lange für die für die military ja ich gehe mal hinten noch ein ich denke mal da müssen wir raus gibt es ja nichts mehr hier gibt es vitamine und energy shit and shit wie bist du da rausgekommen wieder zurückgegangen was hier was hier ich habe hier die kontrolleinheit anscheinend ich habe nix eine uhr es ist 16 uhr nein das ist eigentlich der der stundenzeiger zeigt auf 16 uhr der stundenzeiger zeigt er auf 16 uhr 30 aber der minutenzeiger steigt auf das funktioniert so nicht was so hä guckst du auf die gleiche uhr ja der kleine zeiger steht auf der vier nee das ist genau zwischen der drei und der sechs genau in der mitte also muss es 16 uhr 30 sein du bist so ein korinthen kacke ja natürlich wann wir sind hier in der ohr von hinten von hinten von hinten ich weiß du magst es da hart und drecklich und blutig aber nicht so okay schade aber ich habe wieder eine verborgene truhe gesehen eine verbogene eine verbogene truhe was das ist jetzt so ein alles klar der hat joggen glaube ich gerade die sind in denen in den komischen gelben anzügen von wegen strahlungen genau ich bin fast tot ich bin tot ach so entschuldige ich war in der truhe naja mach du mal da an den truhen das wäre auch in echt so ey aber ich geh mal hier kurz ein bisschen shoppen war aber was sind das denn für für viecher also tatsächlich ohne rüstung und so wer steckt denn hinter hinter oder hinten ein atomkraftwerk ein atomkraftwerk ja das lebt ein bisschen bei mir so da ist wieder ein generator wollen wir hier erst oben in den in den bau geht was schon unseren weg gewählt den weg der verdammt ist das hat jetzt geleckt ja ich hab's gesehen hat sich drin gewesen sehr schön oh sind es wieder kriege Crash sowas son計 gi습 aber das ist noch nicht mission impossible stimmen das ist mir schonπως aber das ist noch nicht mission impossible LOL das ist dann wie einfach die CG置heriye hier geht's rein bringen sie her zu den rechten guck wie sie alle kleiner und noch mehr tot werden einfach so wenn einfach mehr tot wie schön ich habe keine pfeile und hier rein oder was hier ist ein schalter was war das denn ich das ist aufgemacht oder was ne weile gas kann ohne hier sind arrows drin starter b alles klar hier sind starter ist starter b du brauchst gar keine arrows irgendwie verbrauch ich die ich ne warte ich guck nochmal du hast wahrscheinlich auch ein lassen du hast unendlich oder auf deiner waffe 16 komisch aber wieso gehe ich wieso weiß ich nicht naja amortel mit hier ist ein helm für dich hat wo bist du hier drüben genau da ganz ganz vorn hier ist ein helm drin für dich ein klauhelm da bist du von der nato was die ist die nato und das ist jetzt direkt was schlechtes oder was guck mich mal an bitte ich weiß also hier ist starter a und in dem haus gerade war starter bay oh was ist das okay das ist ein zombie pigmen ohne rüstung okay hier ist noch ein haus nehmt das ihr schweine da kommt noch einer bastia wir machen uns glaube ich gar nicht so schlecht in der zombie apokalypse bis auf dass wir halt ein paar mal gestorben sind ich meine damit wäre es dann eigentlich auch schon vorbei geht so so wo ist starter a direkt am generator und hier drüben ist der b meine ich direkt in dem haus in dem wir gerade waren aber hier ist noch ein haus wo wir noch nicht waren vielleicht gibt es da das sie oder sowas auf jeden fall gibt es hier viele viele tun und monster und monster tun sind es tun aus monst also sind es tun in denen monster sind oder sind es tun die monster sind das sind tun die monster warum sporne ich denn hier wo ich dann zombies anlose 17 damage die habe ich schon die brauche ich nicht bei mir leckt der server bei mir leckt nur selten also bist du das hier ist noch so eine kanne ja ich habe in meine feile ich habe jetzt zwei mit x haltbarkeit und hier ganz normale also wir können uns demnächst sicherlich was cooles kaufen wenn wenn wir es denn überhaupt brauchen sieht irgendwie nicht so aus naja vor allem also man kriegt halt dann die sachen zusammen wenn man im grunde genommen schon durch ist ich finde es ist ja geil gemacht hier mit den mit den hochleistungen mit den spannungs mit den masten fand ich auch fand ich sehr sehr cool was sind das für für kabel dazwischen wie kriegt man die hin das sind glaube ich ganz normale die die seile die trap trap seile okay wie lasst uns jetzt mal wo sie gucken wir ja was das ist doch erstmal ding jetzt hier anschmeißen naja aber guck doch her hier geht es ja eh nicht weiter aber ich glaube wir haben jetzt irgendwie so ein zombie mutiertes gewebe irgendwo keine das sind einfach nur pilze ja also wie ist b ist in dem raum rechts oder links haus links geht erstmal rechts rein ja ich war ja schon da drin als zu links gemacht hast ja ach da na gut jetzt bist du auch hier drin jetzt gehe ich wieder wer dann dann bleibe ich hier dran so let's drück 321 go nein noch mal ich drück die ganze zeit wieder ich bin tot also ich bin vergiftet deswegen geht es mir mal so viele das gibt es ja nicht hier oh sind die schnell vor allen dingen die wichser ich hab die jetzt irgendwie wir haben wahrscheinlich so oft drauf gedrückt aber wir haben es geschafft oder weiß ich nicht hier im haus sind auf jeden fall noch zombies sind die tod nie noch nicht jetzt oft hatte ich muss essen und trinken und glasflasche weg damit energy drink wir sind noch zwei drin kommst du klar ich komm klar sind wir fertig lassen mal drücken einfach okay ja und nichts mehr durch wir sind durch junge weil drüben schon die ganze zeit offen kommt drauf an wo da drüben ist wo müssen wir jetzt lang ja darauf wir müssen wieder zurück zur straße die straße zurück denn da ging es dann zum nuclear power plant als you remember bitch yeah motherfucker jup 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 weil jetzt können wir wahrscheinlich wie er ankommt mit seinem geilen heim jetzt können wir wahrscheinlich ähm erst die tür öffnen oder sowas zu denen warum schreit mein pfeil krit weil du komplett aus aus äh achso holst und dann dann darf der krit schreien krit 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 siehst du wenn du nicht komplett ausholst dann macht das nicht krit 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 und komplett durch ziehst meine ich mhm na kam na kam so siehst du das ekelhafte pops loch ich habe ihn gleich wenn wenn gleich drei pfeile sind vielleicht hier vier pfeile sind ich habe ihn oder geht ja die welt kaputt das gibt's doch nicht was sie fertig sterbt endlich meine oh gott was das trotzdem mal in den bahnhof gehen ja